So und da sind wir auch schon mit Part 2 von Penumbra Overtüre. Ich habe kein Stück weiter gespielt, habe auch keine Pause gemacht. Ähm, empty boxes of ammunition, what is this please? Oh! Emergency exit, cross doors, okay. Das kann man nicht lesen, das ist ungesellig. Egal. Und wir haben kein Stück Pause gemacht und werden jetzt direkt weiter zocken. A flare. A flare could be a handle light source, okay, gut. Tür öffnen, Tür öffnen, Tür öffnen, Tür öffnen, Tür öffnen. Hallo? Ähm, hallo? Ja, ich bin der, ich bin der Walter und, äh, ich wollte hier mal, äh, so schauen, was hier so am Buss ist, ne? Let's see, I can't swing this hammer, my whole left mouse. I can make a back swing by pulling the mouse right and then follow through by pushing left. The opposite, äh, the opposite side works too. Pulling back and then thrusting forward produce a stabbing motion? I reckon if I hold down right mouse after the back swing, I should still be able to walk around. Ja, okay. Was haben wir denn hier? Kann man nicht lesen. Sieht aber aus wie zweites Weltkriegsfutter. Das sieht aus wie Katzenfutter. Das neue Whiskas. Na? Komm schon, hier. Oh Gott, ey. Komm schon, hallo. Mietz, Mietz, Mietz. Mietz, ich hab, ich hab dein Futter. Hier. Frist du aber eine Zeit hast. Ich warte nicht auf dich. Mua. So, wir gehen weiter. Yeah. Äh. It's stuck, there must be something in the way. Ja, er hat sich eine Notiz gemacht, dass die Tür verschlossen ist. Aber da keine andere Tür hier ist, nein, to do this. I'm some kind of underground installation, but the only door out of the room I'm in is locked. Äh. Of the room I'm in is locked. Need to find some way around. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Ich hab's verstanden. Ja, ja, ich hab's verstanden. Ja, wirklich. Äh, ich hab's verstanden. Ja. Na, not. Wir müssen irgendwie in anderen... Wir können... Wir können... Ah. Achso, das ist ein Stahlschrank. Der sieht nur aus wie Holz, das ist aber ein wirklicher Stahlschrank. Naja. Naja, raffiniert gemacht von den Erfindern. Upsa. Und da ist er weg, die Laube. Wir behalten ihn einfach mal sicherheitshalber in der Hand. Oh ja, wie ich's liebe. Zwei Wege. Oh man. Drei Wege. Vier Wege. Ne. Einer, der einen im Kreis führt. Yeah. Na sowas liebe ich doch. Oh. Ich vergesse immer den Timer anzumachen, wenn ich das Spiel starte. Ja, das, ähm. Das war nix, ne. Das, ähm. Ich muss schon sagen, ich hab mich doch schon etwas erschrocken. Oh. Jetzt wird so das an Nieser-Läusch. Was mach ich damit? Wollte ich das? Wollte ich das? Ja, wollte ich. Mir bleibt ja nichts anderes übrig. Oh, das lest ihr. Das, äh, das lese ich nicht vor. Ihr habt ja gemerkt, wie toll ich lesen kann. Ah, man, man, man. Okay. Okay. Aber, ich muss schon sagen, das macht auf Englisch mehr Gag. Man ist mal auf jeden Fall mehr gefordert. Ist immer nur das, äh, einfache, easy Deutsch zu lesen? Na klar, it's stuck, I'm trapped, I need to get out. I need to get out of here. Okay, der ist gut. Oh. Komm kurz hier hin. Was? Hallo? 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 Äh. Irgendwie. Gut. Wie es aussieht, haben wir hier einen Plan. Wir schauen uns den einfach mal lieber in der Dunkel, in der Hoffnung, man kann nichts sehen. Ja, okay, dann machen wir doch mal kurz das Licht. Oh. Ja, also, ach so, ähm, ich spiele das nicht blind, ich hab schon mal ein Let's Play davon gesehen, aber das ist schon mindestens ein Jahr oder so her. Also, im Prinzip doch blind, also im Prinzip doch blind, ich kann mich nur noch dunkel dran erinnern, ach ja, und ich war froh, dass ich es nicht selber gespielt habe. Ja, davon kann ich ja jetzt nicht mehr reden. Ähm, dann schauen wir mal, wo wir jetzt erst hingehen, ja, dann versuchen wir doch mal zuerst ins Office zu gehen. Workshop, Office, this way, gut. Das ist ja nicht so, als hätte ich Angst im Dunkeln, haha, like Amnesia, haha. Ich glaube, was ist das? Ja, kischne Türen, oh, wow, wow, what the, oh, my god, diese Türen. Ähm, hey, oh, oh, ne Flair. It's locked, I need a K. What's some? Beef Jerky. Oh, und Painkillers. Yeah, Painkillers. Wir sind so cool wie Max Payne mit Painkillers. Uhu. So. Oh. Schon wieder Beef Jerky. Stuhl, du stresst. Gesternstuhl. The Empire Type Writer. Stirb. So, dann mal, weiter schon. Ach, natürlich. Ist ja auch klar, seitdem ich natürlich da oben weg bin, ist ja natürlich da volle Ends, äh, stark, krass, mega, Hypno-Techno-Beleuchtung, Disco-Lights und so nen ganzen Rotz und so. Was haben wir da drin? Nichts. 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 Backstream. Oh Gott. Gut. Ähm. Two of my men. Okay, wir werden dann mal, äh, das schnell durchlesen. Ähm. Oh Gott. Ja, und, äh, wie wir gesagt haben, äh, oder wieso, wie, haha, ich gesagt habe, oder wie ich vermutet habe, das, äh, spielt im Zweiten Weltkrieg und die haben hier, das, äh, war da was. Da ist ja wahrscheinlich ein Bunker, oder, oder, Leute, gibt mir noch nicht so viel zu lesen, Mann, ich will mich erschrecken, ich will nicht lesen. Oh. Ähm. Deathmine. Ja, und ich glaube, das ist ein Speicherpunkt. A man, an old man, clutching something unseen. He is strange and yet, he is no stranger. Never seen before, still I know, this man before me is Howard. I call him father. Oh. Ugh. What the hell? What just happened? I don't know if, um, if that was such a good idea. Ja, das, äh, hab ich mich grad auch gefragt. So, dann werden wir mal... Und der passt. Und das ist... Big Book of Explosives. String. Chapter 1, 3. Black Match Fuse. Okay. Ach, Mann, ey. Oh, ich hab mich grad erschlocken, das ist ja nur der Staubsauger. Meine Fress, ich dachte grad... What the fuck, ist das ein Sound-Effekt? Ähm. Ja. Ähm. Ich lese hier mal German, German, German Navy, German, äh, Chem... 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 Chemist... oder... Chemist... oder wie auch immer. Okay. Okay, 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 okay. Okay, gut, 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 gut. Wir müssen anscheinend, ähm, verdammt, ach, die sind ja schon erlaufen. Verdammt viele Materialien für mich. Und sind zu dem Entschluss gekommen, dass uns das so gut wie gar nichts gebracht haben, weil wir erstmal die... Fieser Sound-Effekt. Fieser Sound-Effekt. legt mich am ocker dieses hafnach ist egal das ist so wieder zu schnell weg die weg und wo bist du gegangen mein gott es ist so dunkel aber ich darf auch kein licht an machen weil jetzt habe ich so ein köter an der backe jetzt in ihren workshop und kann ich ganz duster aber ich konnte storage room entziffern wir gehen einfach mal zum storage und ja liebe freunde tut mir leid weil es jetzt so verdammt scheiße dunkel ist aber workshop this way ich habe noch ich will erst aus dem raum aus bevor ich den part beende ich habe den hund gehört ich bin einfach gerannt so ladebildschirm dann mach hin ui gut dass ich hier einen schnitt mache und wir sehen uns dann im nächsten paar leute bis so 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 so